Hallo und willkommen an Bord unseres 17 Meter Katamaran Entropie. Mein Name ist Daniel Thomas Schindler. Gemeinsam mit meiner Frau, unserer Tochter und den Katzen sind wir aus Deutschland hierher nach Sardinien gezogen, um unseren 17 Meter Katamaran von Grund auf zu renovieren. Das Ziel ist es, euch auf eine Reise in eine energetisch höherwertigere und umweltfreundlichere Welt mitzunehmen, an Bord und als Gäste an unserem Schiff. Um das zu erzielen, wollen wir die Diesel Anlagen nicht wieder einbauen, sondern komplett auf Solarzellen, Wind und Wasser Stromerzeugung umstellen und deswegen sind alle Komponenten an Bord auf energiesparend, hohe Effizienz und Umweltschutz eingebaut. Green Energy soll es euch und unseren Gästen ermöglichen, die schönsten Buchten der Welt zu erleben, ohne den Planeten weiter zu verschmutzen und Dieselaggregate laufen zu lassen. Wir haben uns diesen Katamaran ausgesucht, weil er in den Segeleigenschaften und beim Komfort für unsere Passagiere in einem Einrumpfboot weit überlegen ist. Das habe ich bereits mit meinem ersten Katamaran 1994, 20 Meter gut erfahren. Allerdings ist dort fast den ganzen Tag und die Nacht der Dieselgenerator gelaufen und das wollen wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt Solar-, Wind- und Wasserturbinen, die die Hotellode für unsere Gäste komplett elektrifizieren und versorgen. Mit unserem Boot zapfen wir drei natürliche Energiequellen an. Auf See ist es das Sonnenlicht, der Wind auch für den Vortrieb und die Energie der Wellen und der Fortbewegung über den Propeller. Mit all diesen Energiequellen speisen wir die Hotellast unseres Schiffes und sorgen für den notwendigen Komfort an Bord, damit es unseren Gästen so richtig gut geht. Wir machen hier an Bord ganz, ganz viel selber und nur für spezielle Aufgaben wie Elektronik, Motoren, Mast haben wir unsere Fachfirmen vor Ort bzw. Zulieferer aus ganz Europa und natürlich die Herstellerwerft. Zum Beispiel verlegen wir auch Kabel und Rohrleitungen selbst und die Fachfirmen kommen dann nur zum Anschließen und zur Überprüfung der Systeme. Wenn wir mit dem Umbau unseres Katamarans fertig sind, planen wir zunächst nicht weitere Schiffe umzubauen, sondern wollen erstmal mit dem Boot segeln gehen, euch mitnehmen und ihr könnt uns aber gerne anfragen und unsere gemachten Erfahrungen in Bezug auf alle Teile und Zulieferer im Sinne eines Gesamtkonzepts an euch weiterzureichen. Wir haben bereits 400.000 Euro in das Projekt investiert aus unseren eigenen Mitteln und um unsere Vision von einem Going Green Boat ohne fossile Brennstoffe zu verwirklichen, brauchen wir euch die Crowd in diesen zusätzlichen Aufwand zu finanzieren. Wenn ihr uns jetzt helft, die zusätzlichen Investitionen Going Green, Solarzellen und so weiter zu finanzieren, dann geben wir euch einen Bonus in der zweifachen Höhe eures jetzigen Investments. Wenn ihr dann später mit uns mit segelt, ziehen wir diesen Bonus von der jeweiligen Charterrate ab und ihr könnt eine tolle Zeit mit uns hier auf dem Schiff genießen.